Was geht ab, Leute? Team Wobbilt hier. Heute haben wir Laszlo, ein großer Fan, der uns schon seit Monaten um einen Deckbefall bittet. Heute habe ich es zu ihm mal gegönnt, damit er nicht ganz so hart leidet. Ich spiele drei Diattos, zweimal Schieben, ein Sephanio, eine Deckweiler, zwei Bieren, drei Pixies, drei Suani, ein Paolo und ein Kutawo-D. Dann sind Zauberkarten, drei Pferde der Young Sing, zwei MSTs, eine Gedankenkontrolle, zwei schwarze Löcher, einmal Sehner, dann die Fallen. Drei Schöpfungen, ein Reißner für Wut, eine kaltige Eisenhau, eine Spiegelkraft, ein Skilltrain, einmal Auslösung, einmal Rhythmus, dann eine Arten des Emptiness, ein Arten des Bruchstorne Bündnis, zwei Durchbruchsicherheiten, zwei MSTs. Dann das Exerdeck, zwei Backbier, zwei Yasi, ein Biel, ein Master, dann Amaris, Christo, Tatsunoko, der Nachricht, nur noch ein Ersterwettler, ein Herold, Chaofeng, Goyo, Dewing und Leo. Und noch Trafik, die Bahn. Das ist mein Deckprofil. Besitzst du auch ein Side-Deck? Ja, das ist auch ziemlich scheiße. Ich habe Maske und Freiko, Großzorn des Himmels, zwei Tatteneinsperrende, Gedankenanzüge, Antimarktprodukt, Ironball und ein Lichtgeroll. Wie stehst du zur Zeit? 1-1. Hast du noch Hoffnungen? Nein. Hoffnungen, aber die Hoffnung steht zuletzt, sagt man ja. Alles klar, danke dir, Laszlo. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten Like und Subscribe unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Site wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.